Herzlich Willkommen zu unserer Vorstellung von Finder. Tinder nur für Kinder. Aber was ist eigentlich das Problem, was wir mit unserer Lösung Finder beheben wollen? Wie kann man heutzutage noch neue Gamerfreunde kennenlernen? Und das Ganze auch noch kostenlos und werbefrei. Unsere ursprüngliche Idee war eigentlich, dass man Freunde mit gleichen Interessen finden kann. Aber unsere Zielgruppe sind Jugendliche von 12 bis 18. Warum haben wir uns umentschieden? Wir haben uns umentschieden wegen dem Daten- und Jugendschutz. Zum Beispiel müssten wir früher sensible Daten wie das Alter, den Namen und den Wohnort benutzen. In der neuen Version brauchen wir die Daten nicht mehr. Wir suchen nur nach Gamerfreunden. Was ist unser Endprodukt? Wir haben eine Web-App entwickelt, wo Jugendliche ihre Multiplayer-Spiele teilen können und Gamer kennenlernen können, die die gleichen Interessen haben wie Sie. Welche Daten und Technologien haben wir verwendet? Unsere Programmiersprache, die wir benutzt haben, war JavaScript. Und um die Website an sich zu erstellen, brauchten wir auch HTML und CSS. Als Datenbank haben wir dann SQLite benutzt. Und Jason war dann unser kleiner Postbote, der von der Datenbank alles zum Projekt an sich getragen hat. Und Finder ist ja aufgebaut wie Tinder und da muss auch irgendwas passieren, wenn man ein Match hat. Und wie man jetzt im Hintergrund gesehen hat, haben wir da etwas animiert und das passiert, wenn man ein Match kriegt. Und dann kann ich euch das auch nochmal zeigen. Hier zum Beispiel sehen wir Behujan. Lieblingsgame Minecraft, das finde ich nicht so cool. Mach das mal weg, lieber. Isabelle doch mal, spielt gerne Gartic Phone. Na, spiele ich auch nicht so gerne, mach das lieber weg. Uh, Fortnite, das ist mein Lieblingsspiel. Das, mach das, äh, lieber Grün. Ach, der hat mich ja auch geliked. Das passiert dann bei einem Match. Dann taucht das auf der Seite auf und wir können das Profil sehen und die Daten und können eine Unterhaltung mit dem starten. Jetzt, nächste Folie. Mockups. Ein Mockup ist der erste Entwurf der Seiten. Er ist eine Form von einer Dokumentation und hilft und ist wichtig für das gemeinsame Verständnis. Ganz links ist die Skizze der Seite. In der Mitte ist der Pfad, um auf die Seite zu kommen. Rechts die Daten, die die Seite benötigt. Ja, damit unsere Website, also Finder gut funktioniert, braucht es auch eine Datenbank. Und zwar Datenbanken sind sowas, die die Informationen der Website strukturieren, damit die Website damit klarkommt. Wir zum, also Finder benutzt jetzt zwei Tabellen. Einmal eine User-Tabelle und einmal eine Match-Tabelle. In der User-Tabelle werden ID, Gamertag, Pronomen und so weiter beschrieben, damit, also generell Informationen über alle User, damit die Website weiß, wer ist auf der, wer ist auf Finder. Die zweite Tabelle ist Match. Diese Tabelle bezieht sich als auf, wenn ein Match kommt. Also damit die, damit die, ähm, damit Finder weiß, ah ok, die haben ein Match und das muss ja, also das muss ja auch die Website dann wissen. Ja. Äh, also um die, um die Daten in der Datenbank zu speichern, haben wir die, äh, haben wir diese Abfragen entwickelt. Äh, als erstes haben wir neue User, das ist damit, dass sich Leute einloggen können, also damit die Website, also damit Finder weiß, ah ok, der ist eingeloggt. Den muss ich dann direkt, also die kommt direkt in der Daten, äh, Datenbank und dann weiß die Website das. Dann kommt, äh, liest neuer Profil. Das heißt, das heißt, dass man nur Leute bekommt, die man noch nicht gesehen hat, weil es wäre ja ziemlich blöd, wenn man die ganze Zeit nur Leute bekommt, die man schon vorher gesehen hat. Und das dritte ist halt Update gesehen, damit die Website weiß, ok, die haben sich gesehen, die muss ich nicht mehr denen vorschlagen. Und auch gewaut, also, sag ich mal, geliked, äh, damit man weiß, oh, die haben ein Match, ok, die, das muss ich auch mal, das muss auch die Website wissen. Ähm, was ist unser Ausblick und offene Punkte? Ähm, wir müssen doch das Frontend, ähm, fertigstellen. Ähm, ähm, und die Update Query ist doch nicht fertig programmiert. Und wir hoffen, dass wir das für das nächste Jugendtag, ähm, mitnehmen können und an diesem Projekt, äh, weiterarbeiten können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und auch noch Danke an unsere Mentoren. Applaus Applaus Applaus